Zu sehen war im letzten Clip Portoset mit der SOS-Cover-Version von ABBA. Portosets sind für mich komplett die neunziger Jahre. Also es ist so eine Stimme, die ich glaube ich davor und danach nie wieder irgendjemand so eine Emotion transportiert hat. So wie gar nicht von dieser Welt. Der Clip ist ausgestattet mit Bildern aus dem Wim Wenders Film »Himmel über Berlin«. Insofern ist die Kombination aus dem Titel und den Bildern für mich tatsächlich die geteilte Stadt, die es schon lange nicht mehr gibt. Ich bin 1988, knapp ein halbes Jahr vor dem Mauerfall, konnte ich nach West-Berlin fahren und alle Freunde, die schon drüben waren, wollte immer irgendwas mit mir machen und wir sind am zweiten Abend ins Kino und haben uns Wim Wenders Film mir über Berlin angeschaut. Und als ich den Clip vor allen Jahren gesehen habe, hat es nochmal genau dieses Berlin wieder gespiegelt, geteilt, die Mauer. Ich glaube, ich habe das damals auf der anderen Seite auch so ein bisschen romantisiert. Also so ist ja auch dieser ganze Film »Engel« und »Verlassensein« und »Auf der Suche« und »Über die Stadt schauen« und ich habe irgendwann in meinen Bildern auch diese Situation versucht aufzugreifen, in die man ganz klasse einen klassischen Mann im Mantel, Trenchcoat, über eine Stadt schaut. Ich glaube, das war meine Inspiration oder Interpretation aus diesem Wim Wenders Film. In Kombination finde ich das ganz großartig. Als nächstes zu sehen ist »Nine in Schnerz« mit »Hurt«. »Hurt«.